Ich besuche mit dem fahrenden Tonstudio, die US Aletsch wird mit vier Klassen zusammen einen Song komponieren und das ist gerade der Grundstein, den ihr hier im Hintergrund seht, die Schülerinnen und Schüler komponieren, die Akkorda für Isches Lied. Wir versuchen so einen Post dazu zu finden, der halt einfach gut dazu passt. Ja, es ist eigentlich lustig mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, was alles so hinter Musik machen steckt. Der Mehrwert sehe ich ganz klar bei Schieleinnen und Schülern, dass sie auch mit Hilfe von Projekten sich weiterentwickeln können, die Kompetenzen, die da sind und zum anderen sicher auch für ein Lehrteam, wie wir hier an der US Aletsch haben, dass sie sich da einbringen können und dass sie Teil der Schule sind. Und so habe ich das Gefühl, dass das für Lehrpersonen, Schieleinnen und Schülern ein wunderbares Projekt, das wir in Angriff nehmen können.